Und damit heiße ich euch, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Darksiders 2, äh 3. Ich muss das Ganze leider etwas nachblabbern, weil die ersten 13 Minuten habe ich vergessen, AutoCity zu starten. Yay, das heißt, meine Audiospur wurde nicht aufgenommen. Und, ähm, ja, das da sieht auch sehr vertrauenserweckend aus. Ich gucke mich jetzt mal an, aber die schon. Ja, und jetzt ist so der Beginn, wo wir mit beiden Gegnerarten zu tun haben, mit den richtigen Engeln und diesen untoten Engeln. Und dieses Liderteil da oben, das können wir anderweitig machen. Und diese Kiste hat einen wunderschönen Bug. Der wird uns auch, Achtung, Spoiler, etwas längerfristig begleiten. Ich weiß gerade gar nicht, ob bei den aktuellen Aufnahmen der auch immer wieder noch ist. Aber, ähm, die Hoffnung, das einmal Spiel an- und auszumachen, hat nicht so geholfen. Irgendwie, ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass da die Kisten so komisch angezeigt werden. Aber auch nicht alle. Nur so ein paar einzelne. Ganz seltsam. Naja, jetzt auch wieder so eine wunderschöne Kiste. Ansonsten ist hier nur Wasser. So, da haben wir wieder unseren kleinen Freund und eine wunderschöne Kristallwand. Ähm, die können wir aber leider nur mit einer anderen Fähigkeit benutzen. Ich bin hier gerade nochmal auf Nummer sicher gegangen, dass das wirklich mit einer anderen Fähigkeit ist. Aber, ähm, ich gebe mal so einen Tipp. Die Farbe Lila spielt dabei eine Rolle. So, dann scheuchen wir unseren kleinen Freund wieder mal ein bisschen weiter, nachdem ich versehentlich nach oben geklettert bin. Na, wir wollen den nach links haben. Damit wir, ähm, durch dieses Wasser ein bisschen da nach oben kommen. Genau. Wo ist er jetzt jetzt? Ach, da. Ah, das ist dieses, dieses Schöne mit denen. Ähm, selbst wenn man direkt hinter denen steht und so weiter, dann denken sie sich so trotzdem, oh nee, ich gehe jetzt nach links, oh nee, ich gehe jetzt nach rechts und ich gehe nicht dahin, wo du willst. Und jetzt sollte es klappen. Ich muss sagen, ich habe schon ewig nicht mehr irgendwie Parts nachkommentiert. Und, und ja, ich kann hier nicht stehen. Das heißt, ich kann nicht hochkleiden, ich muss draus springen. So, aber mit der Feuerfähigkeit geht das ganz gut. Dann können wir uns hier oben auch umsehen. Nein! Natürlich, du kommst so ein Vieh. Ich finde die Viecher, die sehen zwar cool aus, die sind auch ziemlich stark. Aber da ist wieder diese Sache mit dem richtigen Ausweichen, dann ist das kein Problem. Eigentlich ist jeder Gegner kein Problem, wenn man richtig ausweicht. Und man muss halt auch richtig ausweichen können, ne? Kann nicht jeder und vor allem ich nicht. So, dann gucken wir uns erstmal hier um. Und hier scheint es auch weiter zu gehen. Der andere Weg sah ziemlich blockiert aus durch den Bus. Dann können wir hier weiter. Den Typen, der da oben hing, den haben wir mal ignoriert. Aber gut, das ist nur eine Sackkasse gewesen. Stimmt. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Es geht wirklich in die Richtung weiter. Ach da, guck mal, da können wir ja an der Seite vorbei. Da haben wir wahrscheinlich auch über den Bus hüpfen. War davon abgesehen. Und da ist eine Schlucht, die können wir nicht überwinden. Aber trotzdem gucken wir natürlich in die Schlucht rein, in der Hoffnung, dass da nichts passiert. Aber erst mal der ohne tote Engel hier. Der hat uns ja schon so schön begrüßt. Oh, da kommt noch einer. Ach, ein richtiger Engel. Und irgendwo ist ein Mensch. Gar nicht so unweit von uns entfernt. Oh nee. So, das können wir alles wegmachen. Ich glaube, ich sehe mich zuerst wirklich hier entgucken. Aber ich meine, ich gehe noch raus, um in diesen Graben zu gucken. Weil da war kein giftiges Wasser, es war nur normales Wasser, wenn ich mich recht erinnere. Aber sehen wir dann, sehen wir dann. Da haben wir wieder so Kristallwände. Ach, was freue ich mich schon drauf, wenn wir alle Fähigkeiten haben und ich überall nochmal lang gehen werde, ab einem gewissen Punkt. Da freue ich mich schon riesig. Und zwar dann, wenn es heißt, dass Hochmut die letzte Sünde ist. Ach, und da ist der Mensch. Und da frage ich mich gerade, wie ich da hinkomme. Ja, und da, guck, ich habe doch gesagt, dass ich mich noch richtig erinnere, dass ich mich hier umsehe. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob hier irgendwas war. Doch, es müsste unter Wasser was gewesen sein. Hier ist nichts. Kein Tunnel oder irgendwas dergleichen. Mal gucken, wenn man da Wasser und da war was. Ja, da leuchtet was. Bis ich das aber hingekriegt habe, war das ein kleiner Akt. Mit großer Lörcherhaufen. Wir haben sehr viele von diesen Lörcherseelen. Wenn ich mal bedenke, als ich privat gespielt habe, habe ich die ziemlich schnell immer verbraucht und dies und das und jenes. Und jetzt gehe ich viel taktischer vor. Klar, ich könnte viel mehr verbrauchen und dies und das und jenes. Und in meine Entwicklung stecken auch. Aber ich müsste eigentlich auch mal langsam eine andere Rüstung mir holen. Oh, da hängt einer. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Ach, die sind ja wieder da. Die habe ich ja schon gekämpft. Naja, mehr Seelen für mich. Wo kommt der jetzt her? Ach, der war, glaube ich, noch nicht besiegt. Passiert. Aber den Rüstungsdingern bin ich mir immer noch nicht sicher. Weil von den Grundwerten, die angezeigt werden, klingt es so, als wären die alle gleich und würden keinen Unterschied machen. Außer natürlich, dass die mehr Seelen kosten. Aber ich weiß nicht, ob sie dann die einzelnen Fähigkeiten nur pushen. Oder ob sie alle magischen oder arkanen Dinge pushen. Das ist es halt. So. Unseren kleinen Freund werden wir jetzt dorthin machen. Das hat ganz gut funktioniert sogar. Weil wir müssen nämlich oben weiter. Wo ich so dezent mit der Kamera schon draufgeleuchtet habe. Da nicht, aber hier. Ich bin so froh, dass wir durch Feuer eben so höher springen können. Weil der Doppelsprung an sich in dem Spiel, der ist so nutzlos. Das ist ganz schön knapp hier mit der Heilung, muss ich sagen. Aber es ist ja grundsätzlich. Also was die manchmal so an Schaden machen und auch in kürzester Zeit, wo du nur noch siehst, wie dein Leben weggeht und du dich nicht heilen kannst. Oder nicht so schnell reagieren kannst. Ich habe letztens gesehen, bei einem Sterbeladebildschirm, dass ich wohl, wenn ich unten was anderes ausgewählt habe, mit der Pfeiltaste nach unten gehen kann. Dann bin ich wieder bei Erholung der Nephilim. Muss ich mal ausprobieren. So, von da kamen wir nicht. Nein. Von der anderen Seite kamen wir. Da müssen wir wahrscheinlich weiter. Dann können wir noch auf die andere Seite. Na, da sind wir nämlich wieder in dieser Eingangshalle, wo wir angefangen hatten. So, an der anderen Stelle wollte ich jetzt noch nicht gucken, weil ich mich erst anderweitig hier umsehen wollte. Hier ist nämlich noch ein Engel. Der jetzt außer Reichweite fliegt. Also, erst dachte ich, der wäre runtergefallen und gestorben, aber die können ja fliegen. Und er fliegt einfach, guckt mich an und greift mich nicht an. Ich kann ihn nicht angreifen. Da dachte sie sich auch so, ich habe diesen Verjüngungskern beschützt. Den hat sie sich genommen. Bringt nichts mehr. Ich gucke es jetzt nur noch böse an. Und da weiß ich auch noch nicht, wie ich reinge. Ach so, über die Kristallwand. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Und das war der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich habe mit Autocity nicht aufgenommen. Jetzt geht es gleich normal weiter. Und wie mir jetzt erst aufgefallen ist, dass ich die ganze Zeit meine Audiospur nicht aufgenommen habe. Das ist so auch der Moment, wo ich nicht vergessen habe, bei meinem Aufnahmeprogramm natürlich meine Audiospur nicht mit einzublenden. Ah, Mann. Ätzend. So. Okay, dann muss ich halt den Anfang nachblabbern. Ist dann halt so. Und, ähm, ja. Besser als gar kein In-Game-Sound, ne? Na gut, hier habe ich ja wenigstens Untertitel an. So, hier haben wir wieder Käferchen. Ich muss nur... ...das... ...abwägen. Wie ist es auch, das könnte ich auch hier irgendwas machen, ne? Ah, hier komme ich zu den Menschen. Hallo. Wenn du gerettet werden möchtest, ja. Aber dass ich erst fünf hatte. Jetzt nur mal sechs. Ach, Kerle, Mensch. Das kam mir echt nach viel mehr vor. So wenigstens sieben, acht oder so, dass ich halt bald bei den Zehen wäre. Juh, Frisschen. Da kann ich schon mal rüber. Jetzt müssen wir mal gucken. Guck mal. Gut, 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 gut. Guck mal weiter. Ja, weiter. Ja, weiter. Das kaputt zu machen. Und da muss ich noch... ...dorthin kommen. Wobei die Melodie gerade schon so ist, so nach dem Motto, ja, das war richtig... ...weg freigemacht. Ja. Ja, verdammt. Ich muss am besten hier so drauf und dann so Stingsen ab. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht, ob ich das Tor irgendwie aufmachen kann. Dann wäre es natürlich am einfachsten. Upsa. Ich habe es noch gar nicht richtig fressen lassen hier. Ich dachte schon, naja, okay. Ich gucke mal, ob es schon so reicht. Ne, das ist eigentlich nur der Weg. Das bringt mir hier gar nichts. Ich müsste es doch das so freikriegen, oder? Oder benutze ich das als Brücke, um so drüber zu kommen und komme gar nicht von der Seite irgendwie hin. Kann natürlich auch sein. Muss ich mal gucken, ob ich den hier so durchjagen kann. So, kann ich mal weiter. Nein! Falsche Richtung, Freundchen. Einmal mit der Kamera nicht richtig steht, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Muss ich nur drauf landen? Aha! Das war knapp. Hat aber funktioniert. So, das ist jetzt wieder giftig. Oh, wenn ich das schon alles sehe. Ah ja. Nicht gerade der himmlische Vorposten, den ich erwartet hatte. Wenn wir reingehen. Wir gehen rein? Halt doch zur Abwechslung mal den Mund. Mich ist schon ruhig. Da kriegt man ja Angst. Hallo? Ah ja, okay, ich bin am Ziel. Ich glaube, die Engel sind hier echt keine Herausforderung. Ich glaube, die haben alle verzichten, bevor er sich zeigt. Der wird schlimmer. Und der Schöpfer schwillen. Werte nicht zur letzten Ruhe! Sie sind nicht länger unsere Brüder! Seid keine Gnade! Keine verräterische Sipschaft haben das Universum besucht! Ich werde es wieder säubern! Also ich muss mich jetzt gerade sehr konzentrieren! Aber es ging gut mit dem Ausweichen! Ich werde es fürsten des Abgrunds nicht! Ich diene niemandem außer dem Rat! Ich jage die sieben Todsünden! Zumindest die, die noch übrig sind! Doch mich beschäftigt noch etwas! Verrat! Durch dein ruhmvolles Königreich! Oh ja! Blicke auf mein Werk, du Mächtige! Und lache! Wir können uns kaum selbst schützen! Wie sollten wir da einen großen Reiter betrügen? Mein Ross-Wüter wurde durch Engelswaffen niedergemetzelt, bevor ich ihn zur Erde rufen konnte! Ich will wissen wieso! Und ich werde Blond dafür sehen! Nimm mich beim Wort! Ich habe nichts für die Reiter übrig! Dank euch steht die Apokalypse bevor! Und wir... Ich weiß von keinem Komplott gegen dich oder deine Mission auf der Erde! Für seinesgleichen ist Usiel... ...ehrbar! Nur weil er nichts davon weiß, heißt das nicht, dass es nicht geschieht! Wie du siehst, habe ich meine eigenen Probleme! Vielleicht... ...können wir einen Handel machen, Reiter! In letzter Zeit werden meine Truppen heimgesucht und täglich... ...gibt es neue Opfer! Entsetzt erfuhr ich, dass unser wahrgewordener Albtraum meine Brüder ermordet! Abscheulichkeiten! Untote Engel! Auch Dämonen sind ihr Ziel, die sie ebenfalls mit ins Reich der Untoten nimmt! Und wer ist deiner Einschätzung nach verantwortlich? Die einzige Macht im Universum, die zu einem solch kätzerischen Schlag fähig ist, ist Wollust! Wollust?! Du bist ja verrückt! Ich bin Wollust schon einmal begegnet! Solch eine Macht besitzt er nicht! Und wieso glaubst du, die Welt, die du einst kanntest, sei die, in der wir jetzt leben? Ein namenloser Dämon hat Wollust angeblich die Macht verliehen, es mit den Mächten des Himmels und der Hölle aufzunehmen! Ein Spielverderber in der Apokalypse! Er verwandelt Engel wie Dämonen in Untote! Hirnlose Geschöpfe, versessen auf Gewalt und Zerstörung! Wenn ich also Wollust eliminiere und damit dein Dilemma behebe, tust du auch etwas für mich? Ist das der Handel, den du vorschlägst? In der Tat, sofern es in meiner Macht liegt! Und wir beweisen, dass wir dir nichts Böses wollen, Reiter! Möge dir diese Kreuzklinge im Kampf gegen Wollust gute Dienste leisten! Wenn wir die wachsende Kraft von Wollust nicht eindämmen, sind wir alle verdammt! Finde heraus, wer mich töten wollte! Im Gegenzug zwinge ich Wollust dazu, die Quelle seiner Macht preiszugeben, bevor ich ihn zerstöre! Abgemacht! Falls ich entdecke, dass du mich belogen hast, wirst du dir wünschen, einer meiner Brüder würde dir das Herz herausreißen! Erlösung! Jetzt haben wir unsere Fernkampfwaffe endlich! Und zwar müssen wir mit Zielen bis zu vier Ziele markieren können wir! Und dann halt werfen, ja! Ja, also quasi so, so werfen und mit der anderen Taste halt entsprechende Ziele markieren! Das ist ganz cool! Und praktisch! Und ich finde den Engel eigentlich richtig cool! Vor allem seine Waffe! Diese Glocke! Ich weiß nicht, wie man es nennen soll! So, damit ich da auch irgendwie hinkommen kann, ja! Ich hab nur weh! Hier rüber? Ja doch, hier rüber! So, Engels-Artefakte! Genau, Engels-Artefakte! Gibt es um Dämonen... Keine Ahnung! Dämon-Artefakt? Bestimmt nicht! Ach, als ob ich mir Namen behalten könnte! Ich glaub, der Engel heißt auch Usi hier! Hab ich mir das richtig behalten, wenigstens? Ich guck' gerade, aber ich glaub' hier war sonst auch gar nichts weiter! Von Interesser! Jetzt würdest wir einfach mal hier lang weitergehen! Unmöglich hält ihn deine Drohung zurück! Unwahrscheinlich! Würdest du ihm vertrauen? Ich bin es nicht, die sich auf ihn verlassen muss! Vertrauen! Gehört übrigens nicht zum Wortschatz der Beobachter! Nicht eingeschlossen! Du bist unausstehlich, Geist! Das heißt ja doch Dämon-Artefakt! Oh! Hallo Fury! Du strahlst ja förmlich vor Blutdurst! Ich habe keine Zeit für dich, Dämon! Nein, klar! Du bist natürlich ein schwerbeschäftigter Reiter, der Länder umbringen und Leute bereisen muss! Aber du bist auf deinen glorreichen Reisen nicht zufällig auf ein Artefakt gestoßen! Nichts Besonderes! Ein Artefakt? Wie sieht es aus? Also, eigentlich ist es ein Schmuckstück! Eine Neuheit von den Vögeln gefertigt! Eine Art Kreuz mit spitzen Enden und... Das war vielleicht gelogen! Es ist kein Schmuckstück! Aber sei bitte nachsichtig! Ein Dämon muss auch was essen! Ich habe es gefunden! Es gehört mir! Ich gebe dir eine Million Seelen dafür! Seelen sind deine Währung! Meine sind scharfe Objekte! Kein Geschäft! Doch du könntest mir von Nutzen sein! Hast du die untoten Engel und Dämonen gesehen? Ah, die Unlebendigen! Leider ja! Jene, die einst unsterblich waren, verdienen Besseres! Ich habe zwar nichts für die Vögel übrig, aber das ist einfach falsch! Dann sind wir fertig! Wenn du etwas hörst, lass es mich wissen! Erschüttet dich denn gar nichts? Verspürst du kein Mitleid, wenn du die einst so übermächtigen Edelina Macht beraubt siehst, die sie zu kontrollieren suchten, das Leben? Wenn ich herausfinde, wieso sie mich umbringen wollen, schenke ich ihnen vielleicht mein Mitgefühl. Herrje ist sie kalt! Berauschend! Zumindest für einen hitzköpfigen Dämon! Oh, erfüllt der Piers vor die Seelen! Waren? Ja, was will er mir dann Neues geben wollen? Eigentlich ja nichts, ne? Nichts, was ich nicht schon hätte! Wie du willst, leb wohl vorerst! So, von dort kam ich und hierhin muss ich!